Die Deutsche Post bietet mit Postident durch Videochat per Smartphone oder Tablet einen einfachen, schnellen und bequemen Weg, sich sicher zu legitimieren. Für die Identifikation benötigen Sie lediglich ein Smartphone oder Tablet, Ihren Personalausweis oder Reisepass und ein paar Augenblicke Zeit. Wenn Sie zum Beispiel online ein Bankkonto eröffnen möchten, wählen Sie zum Abschluss bitte jetzt identifizieren mit Postident. Sie werden dann automatisch in unser Portal weitergeleitet. Hier vervollständigen Sie bitte Ihre Daten und klicken auf Weiter. Wählen Sie auf der folgenden Seite das Videochat-Verfahren aus und laden Sie sich unsere App aus dem Google Play oder Apple Store herunter und geben Sie dann Ihre Vorgangsnummer ein, die Ihnen im Browser angezeigt wird. Alternativ haben Sie auch eine E-Mail erhalten, aus der Sie die Vorgangsnummer entnehmen können. Starten Sie den Anruf und halten Sie Ihren Ausweis bereit. Sobald die Verbindung aufgebaut ist, leitet Sie unser Callcenter-Mitarbeiter durch den Legitimationsprozess. Unser Mitarbeiter überprüft nun die holographischen Merkmale Ihres Ausweisdokuments und macht Fotos von der Vorder- und Rückseite sowie ein Porträt von Ihnen. Wenn alle erforderlichen Daten korrekt aufgenommen sind, bekommen Sie per SMS eine TAN auf Ihr Smartphone gesendet, die Sie bitte in das entsprechende Feld eingeben. Damit ist die Identifikation abgeschlossen. Wie Sie sehen, ist die Identifikation über die Postident-Video-App so einfach wie telefonieren. Postident durch Videochat per App. Der leichte und bequeme Weg, sich mobil zu identifizieren.